Hallo und herzlich willkommen, ich bin hier wieder bei Ponybridge und ich probiere jetzt die eine Brücke zu machen. So, dann schauen wir mal, Straße, ich will genau rüberreichen. So, ich will genau rüberreichen von den Straßen. Da habe ich keine mehr. Aber ich probiere meine alte Methode immer um rüber zu bauen. Weil das Spielmethode, die ich am besten finde. Und glaube ich auch. Reichtest du das? Glaube ich einfach mal so. Na? Achso, ich darf ja nicht weg. Ah, weg damit. Ah, kein Splitt. Zack, zack, zack. Holzdreiecke aneinander. Busse, bei Bussen brauche ich immer zwei Holzreihe. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Oder nicht? Was machen wir? So, starten wir mal die Simulation. Ah, wir müssen hier was reinbauen. Ja, ganz schnell gemacht hier. Jetzt habe ich noch. Oh, genug, genug. Ach, ich habe nur drei Stahl. Tio. Boah! Arbeit für Holz. Holz müsste auch passen. Oh, gut. So, 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 so. Mmm, da knickt es so weg. Ich glaube, das geht nicht mit überfahren, oder? Doch, das muss gehen, das muss gehen. Warte mal, wir schieben hier einfach alle mal so weit darüber. So, so, so und so. Hat bislang immer geklappt. Man muss es jetzt auch klappen. Das muss, geht nicht anders. Die brechen weg. Einsteigträger habe ich ja noch. Hm, läuft. Wo knickt der da so weg? Hm, warum? 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 Da geht ein Splitt rein. Da geht ein Splitt rein. Okay. Da geht ein Splitt rein. Da geht ein Splitt rein. Wie? Das ist Pei! Wie ist das? Dann multitude anerwvery. Oh, das ist das mal. Dich, ich... Einmal. Grit aus, Rechtschemie alles, so, Grit wieder rein, Schöneffel primer, und erst einmal besser. Vielen Dank. da muss ich noch etwas verstärken Holz Wird schon wieder rein? Holz immer noch rot an der Stelle ist rot und ein Streiträger habe ich ja der drunter ok 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 guck mal kein Boot bewirbt die Brücke ist das nicht gut Mist was kann ich noch machen das geht noch ich möchte es eigentlich mit den Überbauern probieren weil ich weiß nicht wie ich das sonst hier schaffe aber wenn ich das jetzt so mag dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ein paar Jahre alt. Ah genau, machen wir so ein Dreieck noch hier rein. Essa, essa. Gut. 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 Der kommt da gar nicht hoch. Leute. Gut. 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 Da runter, nach links oben, nach links oben, nach links oben, nach links oben. Er ist aber schwanger gekommen. Das heißt, haben wir schon getrautet? Er ist da er gehüpft. Das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, ich werde jetzt wohl einen Preis anpassen und dann die nächste Runde. Perfekt. Das schafft er. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal.